WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin Werder Dbyshevic. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Bosnien. Mein Name ist Chris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Ghana. Ich bin Spieler bei Hertha Berlin und Kapitän. Ich bin Spieler für die Mannschaft. Ich bin der Kapitän für die Mannschaft. Ich bin Stürmer und schieße gerne Tore. Was war dein Grund, warum du nach Ghana verlassen musste? Ich habe mich verlassen, wegen der persönlichen Risiken. Ich habe es nicht mehr安全 für mich, da zu bleiben. Okay, und hast du den Asylum? Ich habe es, aber der Prozess ist noch nicht weiter. Ich habe es nicht mehr hohen. Auf der Basis der Asyl Prozess, sie sagen, es ist ein besonderer Land. Okay, so es ist anders, von Land zu Land zu Land. Welche Antwort können sie bekommen? Ja, in ein paar Länder, ich denke, es ist klar. Ich bin da, weil ich in meinem Team bin. Ich habe ein paar Leute aus Syrien. Und sie haben ihre Worte, dass sie hier stehen können. Aber es ist nicht immer eine Worte, die alle Menschen eine Chance geben, um zu fliegen. Wir haben religiöse Probleme. Also, die Menschen fliegen von unabhängigen Protektion, von der Regierung, von Organisieren, und viele Dinge. Das ist eine Worte, die ich dazu 보냈te. Das gibt es für einige Basically, an der Position, die Menschen und die Situation geschrieben haben. Das Leben gibt es in der Zeit, aus dem Hinblick auf der Barre, wenn wir in Bosnien weggegangen. Es war also in den Krieg. Das Leben gibt es da, Das war also fünf Jahre später. Das war dann in der Familie. Und wenn wir auf die Schweiz, mit meiner Familie. Die Situation in Bosnien war auch sicher, wie sie sagen. Aber meine Eltern haben entschieden, wegen der Sicherheit für mich und meine Freundin. Deswegen sind wir nach Deutschland gegangen. Aber wir konnten da nicht bleiben. Wie Sie sagten, sie glaubten, dass die Krieg vorbei war. Sie glaubten, dass die Situation in Bosnien automatisch war perfekt, was nicht. Es war nicht eine gute Situation, weil wir wirklich Angst haben, zu werden zurück in Bosnien. Aber unser Glück war, dass wir in den Prozess gehen, zu den USA. Ich weiß, Sie sind in eine ähnliche Situation. Was ist Ihre größte Angst? Manchmal versuchen Sie nicht zu denken, oder zu vergessen, aber es ist da. Man kann nicht davon ausgehen. In meinem Haus, ich lebe mit ein paar Leute, der erste Gott, dass er muss, es ist wirklich schrecklich. Wenn sie mit Ihnen sprechen, und Sie fühlen, Sie fühlen, Sie fühlen, Sie fühlen, Sie fühlen, Sie fühlen. Sie fühlen, Sie fühlen, Sie fühlen. ZERVachten. Copyright Untertiteln, Vielen Dank.